ihr lieben ich begrüße euch zu einem neuen video nicht dass ihr denkt ich hätte euch vergessen nein habe ich nicht natürlich nicht ich habe euch ja gesagt ich arbeite im moment an einem neuen projekt und zwar ist das final fantasy 7 aber dabei wird es nicht bleiben ich habe noch eine kleine oder vielmehr zwei kleine überraschungen für euch die erste verrate ich die zweite nicht also die erste ist ich nehme parallel zu final fantasy 7 gerade noch ein sehr sehr geniales rollenspiel auf und zwar ist das the legend of dragoon wer es kennt weiß um seine qualitäten weiß um seine geilheit weiß einfach darum dass es ein richtig richtig geiles spiel ist und ich hoffe ihr freut euch da genauso drauf wie ich mich gerade während ich es aufnehme das dritte was ich gerne machen möchte oder was ich schon getan habe und im moment auch weiter fortführe ist eine sparte die sich good old games nennt da werde ich parallel zu meinen haupt projekten sage ich mal immer so ein ja so ein ganz altes spiel auspacken und davon auch ein let's play machen im moment das ist ein weil ich verraten nicht ihr müsst euch müsst einfach gespannt sein ich werde es dann einfach in zukunft so machen sobald die projekte fertig sind werde ich die hochladen und auch dann logischerweise tag für tag ein video veröffentlichen ich habe mir überlegt dass ich es so mache dass ich ich sage jetzt mal montags final fantasy hochlade mittwochs legend of dragoon und mittwochs dann was habe ich gesagt montags final fantasy dienstags legend of dragoon und mittwochs kommt dann die good old games spart und dann zieht sich das halt tag für tag immer so weiter im moment also ich versuche zum beispiel final fantasy 7 so zu gestalten dass ich das wirklich komplett einmal durch spiele also nicht jetzt so dass ich jetzt bestimmte sachen aus lasse sondern ich versuche wirklich alles dort mitzunehmen bei legend of dragoon gibt es leider nicht so viele nebenaufgaben aber die story ist schon dafür mega bombastisch und die good old games sparte das werden sachen wie zum beispiel ein altes assassin's creed das wird ein altes age of empires das wird max pain das wird warcraft oder was auch immer was mir gerade in den sinn kommt was ich an alten games hier noch so rumfliegen habe und was ich finde was euch interessieren könnte also ihr dürft jetzt nicht denken ich habe euch irgendwie allein gelassen mit dem ganzen scheiß nein ich bin gerade quasi im moment voll in der produktionsphase und um mich selber nicht unter druck zu setzen habe ich mir eigentlich vorgenommen dass ich immer erst einen ein projekt komplett aufnehmen und dann erst veröffentliche weil ich einfach im moment nicht versprechen kann ansonsten jeden tag ein video zu bringen andere machen das andere nehmen wirklich tagtäglich auf das schaffe ich mit der arbeit und meinem privaten umfeld und im sport leider nicht deswegen ich produziere so vor oder ich versuche es eigentlich immer dass ich am wochenende meine videos aufnehmen alle ja dann muss sich die halt noch entsprechend bearbeiten schneiden ich habe übrigens auch ein neues logo und beziehungsweise ein neues intro das werde ich euch dann beim ersten video präsentieren ich versuche das natürlich alles jetzt so schnell wie möglich aber trotzdem auch natürlich so informativ wie möglich zu gestalten ich kann euch noch nicht genau sagen wann das erste video online kommt ich denke mal wir haben es jetzt heute den siebten sechsten und final fantasy wird wahrscheinlich ende juno fertig letzten mal auf der gun eventuell ein bisschen früher aber ich will mit final fantasy also final fantasy soll mein erstes video sein was ich nach jetzt dieser etwas längeren pause veröffentliche ich hoffe ihr seid mir nicht böse dass in letzter zeit und auch in den nächsten tagen erstmal von mir nichts mehr kommt aber wie gesagt ich bin gerade in der produktionsphase und dafür wird es dann später umso besser ich bedanke mich für euer verständnis und ich hoffe mal bis juli tschau tschüss